Ja, willkommen zurück. Es schreitet voran. Das ist Liebe. Life is strange. Damit sind wir bei der nächsten Folge. Ah ja. Mal wieder ein Gespräch auf dem Parkplatz der Schule. Wer möchte denn da was? Rachel. Da fehlen mir irgendwie drei Stück? In einem Auto hätten wir was taggen können. Wahrscheinlich am Schrottplatz. Das sagt überhaupt nichts. Und das hier auch nicht. Gefängniswand. Hm. Keine Ahnung. Max would have loved this shit. Was haben wir denn hier? In der Folge? Hm. Haube mit Aussicht. Lins reinigen. Fahrersitz. Nihal das Versteck. Einkaufsliste Schranktürflickenfahrt. Nachrichtenbord. Grausamer Scheinwerfer. Zeit der Heuchelei. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Ja, genau. Sie hat es begonnen, aber nicht gelegt. Ja... Danke. Was Rachel Amber involved? Ja. Und lass mich猜. Hat sie scot-free geteilt? Na ja. Aber sie versucht mich zu schützen. Uh-huh. Anyway. Was machst du hier? Ich dachte, ich sollte schnell kommen. Für die Tempest? Du sagst, wir sehen uns zusammen. Oh, genau. Good call. Hast du meine Texte? About hanging out afterwards? Actually, uh, I was thinking. Maybe I won't go to the Tempest. The more I think about being at Blackwell tonight, the more I want to throw up. Oh, yeah, that makes sense. I should have thought of that. Do you just want to hang out instead? Nah. I think I'll just chill at home. You don't mind, right? Eigentlich wollte ich da schon hingehen. It's totally cool. In dem Fall. Muss sein. Jaja, haben wir schon gesehen. Wir sind uns gleich beim Gespräch wieder. Oh, das ist ja. So, wir schauen mal. Oh, das ist ja. Mein anderer Fahrzeug ist Trauma. Hlehh. 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 Ehm. Hlecji. Chlozen nicht immer weiter. Für caterp Kids werden. Hle jetzt weiter. als ob ich fühle. Okeh. Yep. Weil ich 1 N safe. Hlein Lyn Lahilza. Ah, das ist echt ein bisschen unter Verfolgungswahn. Okay, dann wiederholen wir mal das Gespräch. Ja, ich meine, ich bin nicht wirklich groß auf die Pläne, aber vielleicht. Cool, cool. Äh, klingt gut. Ich hätte besser gehen. Meine Mutter ist auf der Angst, dass sie eine Tack-Mustache auf mich hat. Sieer Freund. Nichts worry about it. Ich sehe dich um, Elliot. Ja, später. Elliot und ich haben zusammen zu Schule gegangen, seit wir im Kindergarten waren. Bis heute. Ich habe ihn totaled, dass du nicht so gut hast. Ich habe ihn totaled, wie ich nicht mit dem Schiffen warst. Ich habe ihn totaled. Ich habe ihn totaled, wie du sie verdient. Ich habe ihn totaled, wie du sie schiffst. Ich habe ihn totaled, wie du sie schiefst. Und wer solltet ihr das für dich behandeln? Deine Mutter? Ich brauche keine Gespräche. Nicht mit Sergeant Asshat hier. Ich brauche nur ein Raum. Nicht benutzen diese Sprache mit deiner Mutter. Wenn meine Mutter etwas zu sagen hat, sie wird es mit mir sagen. Sie hat. Das Problem ist, dass du nicht hörst. Vielleicht, wenn du mich versucht hast, anstatt mich zu kämpfen, kannst du eigentlich lernen etwas oder zwei. Was? Wie kein Job haben? Oder wie ein Soldat? Soldat haben die Familie und die Zukunft über sich selbst und jetzt. Die Ausbildung aus der Schule? Das ist das, was Verlusten machen. Du hast eine Ausbildung, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. I need your help. Your mother. We need to get our own house in order. Right now what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. Chloe was incredibly out of line. She insulted me. Swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels- Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Fine. You want to see my shit so badly? Fine. You want to see my shit so badly? It's worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. But that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Mom, I... I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and... I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. I don't know which way is up when your whole life has been turned upside down. It's like well's done with me. I can't go home anymore. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Well the most so fast, I can't go home anyway. Yeah. Well. We can't use it anymore. I'm going to try a little bit harder. vorkommt also ein schlottplatz hatte ich mir doch fast gedacht das ist ihr pick-up ist dem das ding zu klein nicht ja komm fang schrauben an Ja, dann hast du was zu tun Da haben wir jetzt noch mal wieder eine Menge zu lesen Weil ich wie ich das letzte mal machen Einfach durchblättern Maschinen Amen. Das müsste es gewesen sein. Jep. Ah, zwei Personen fehlen uns noch. Die lesen wir aber nicht alle, um Gottes Willen. Oh, da fehlen uns auch noch ein paar. Wehe, jede Menge. Viel Text. Musik 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 Okay, gut, das haben wir dann. Hat jetzt einen Moment gedauert. Oh, wir kürzen das Ganze ein bisschen. Also Batteriekasten, da braucht noch einer. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Mal sehen, da ist der Schwulboss. Das ist so... großartig. Nicht sagen mir, was zu machen. Ich wollte immer einen Petsnake. Insofern habe ich David. Fuck alles. Das sieht genau so am Arsch aus. Ja, aber hier dürfte eine Batterie drin sein, so wie das Auto aussieht. Das ist ein bisschen neu. Vielleicht die Batterie funktioniert. Was versuchen Sie zu schüttern, da? Das ist schon. Ich bin der Ich bin der In der Oficialen Das ist die Sache die anderen machen ihre Dinge Finget Hier geht's Hier geht's Das ist der Litter Hmm, was sagt eigentlich meine Hand? Warte, nicht zurückbringen Schön, dass sich das so aktualisiert Ein Platzdeckchen Ich kann hier rennen, ich vergesse es immer wieder Ja, dann gucken wir doch mal rein, wenn das dein Motto ist Spiel mir vor, nehmen wir uns einen Bubblehead Nein, ich bin nicht weg, da Nein, ich kann nicht Hmm Du brauchst wohl was zum draufstellen Ja, kenn ich Hm, könnte passieren Ich weiß noch, dass ich letztes Mal hier rüber, wo das Boot geklettert bin Hm, was haben wir hier? Ein Pornemagazin, ja, das können wir brauchen Du, gerade Ich verstehe, hm Spaß mit Candy, okay Hm, Pisshat Schön Ein Pornemagazin, ja, das ist ein Scherz Ja, sicher, das Auto ist ein kleiner Scherz Ein Pornemagazin, ja, das ist ein Scherz Sorry, Max I think I'm more jealous of you than anything Hopefully, I'll be escaping this place soon too First take my mom, then take my home Glass looks way prettier when it's broken Wonder what else that's true for This rug has some miles on it Bottles 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 everywhere and not one beer to drink Ja, dann kannst du Max ja die Bierflaschen sammeln lassen Dann packen wir sie mal hier rein Und das ist dann auch die Gelegenheit, die Folge zu beenden Ja, und wieder ein bisschen lesen Wie ist es? Hätte ich den Werkzeugkasten gleich mitnehmen sollen Jetzt muss ich da nochmal hinrennen Naja Ich hatte trotz allem meinen Spaß Auch wenn es ein bisschen mehr lesen war Ich hoffe, ihr hattet den auch Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut Oder mir was dalasst Oder beides Wäre sogar noch besser Und dann sagen wir mal tschüss zu Chloe Bis dann Servus Und Baba Ah 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 Ja, 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 ja.